F***t euch! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Leute! Ich glaube, man darf keinem Schwein erzählen. Was ich so... ... in meiner Freizeit... äh, außerhalb meiner Freizeitmache... ... das würde mich direkt alles kosten. So... So... ... ah, so kann ich die auch stabilisieren. So... ... dann so... ... ah, haha... ... mit Stabilisierung. ... also... ... so... ... ah, so... ... ah, so... ... nein, nein, nein... ... Leute, ich bin ein Ausraster... ... das geht ja gar nicht mehr. ... das geht ja. Das ist ein Schwerer. Alter, das kann doch nicht wahr sein. So, Moment. Klack. 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 Klack, klack. 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 Ich mach das Ganze jetzt mal langsamer. Viel Farnkel. So weit noch. Oh, sorry. So, Moment. So. Brauchen wir doch mal hier ein bisschen an dem Gerüst rum. Sollte dann vielleicht besser laufen. Steht schon ein wenig stabiler und ich bin schon wieder sehr nah dran. Hi, yo. So. Wackeln, Netzo. Sehr viel besser. Sehr viel besser. 2,9 Meter, 2,5 Meter. Ganz ruhig. Ich warte, ich warte, ich warte. Wie sieht das größte aus? Wo wackeln's denn? Nein. So, ganz langsam. Nein. 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 So, jetzt komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich würde versuchen, dass das genug sind. Bitte, 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 bitte. Ich verscheuere, wenn das nicht genug sind. Oh, endlich, Leute, geschafft! Und das ist gar nicht mehr so schlecht. Haben wir noch einen? 31. 42. Er lässt sich doch sehen, das lässt sich doch richtig geil sehen. Eigentlich nicht, aber okay. Weiter. Hier, das Thomas Pug, das habe ich schon. Toll, und jetzt? Muss ich unten lang? Was ist das denn für ein Scheiß? Oh mein Gott, Gleichgewicht. Schlafende Guus, schlafende Guus Keine schlafenden Guus Die Gu-Bälle auf dieser Seite scheinen die Gu-Bälle auf der anderen Seite nicht zu mögen Ich weiß nicht, mir kommen sie alle gleich vor Absolut lecker Hä? Die Guus Hallo Hallo. Weg euch mal. Au. Komm her. So, danke. Alle wieder auf die Hauptbasis. Ich bin so dämlich. Kein Schwarzen. So. Und jetzt noch diese Bus hier. Und dann muss ich ja nur ins Gleichgewicht bringen. Kein Schwarzer, aber ein Grüner. Grün, komm her. Grün, wunderbar. Vorteil in grün ist eben, man kann sie abbauen und... Jo. Man kann sie abbauen. Allein das macht die Dinge absolut awesome. Komm alle. So. Hau ab. 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 Und dass ich die jetzt hochnellen kann. Jetzt, wo die wach sind, kann man die nämlich auch wieder auf eine Line draufsetzen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es nur die Schwarzen oder nur die Grünen gezählt werden. Aber die können überhaupt gefeuert werden. Unintelligent! So, Moment. Ich hab ne Idee. Wofür rum kann er jetzt, wenn nicht mehr kommen? Das ist schon wieder so ne Scheiß. Jawoll, 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 jawoll. Reichen's? Nein. Okay. Okay. Hm. Guck die. Jawoll, jawoll, verdammt. Egal, wir haben die 15. Und zwar ein bisschen gemogelt und ich glaube auch nicht so, wie man sie hätte machen sollen. Aber egal. Egal. Aber dieser Schildermacher ist irgendwie verstören. Also nicht nur, dass er seltsame Tipps und seltsame Sachen gibt. Der scheint die Dinger essen zu wollen. Oder sie hübsch zu finden. Geile Mucke. Also die Mucke in dem Spiel ist absoluter Wahnsinn. Was haben wir denn hier? Hier steht, Hallo, hier ist Mom. Bist du da? Kommst du nach Hause? Schwul. Hübsch zu. Als die Sonne hinter den Hügeln unterging, schien einer der Gubbele zu sagen, dass das Leben eine riesige Physik-Simulation aussieht. Aber als er in die Stachelgrube fiel, wusste er, dass es wohl egal war. Gruß, der Schildermacher. Okay, da unten ist die Stachelgrube. Das will er uns damit sagen. Die müssen wir haben. Ach. Ich weiß eh, was ich gleich passiere. Das wird eng. Das wird kacke eng. Vielleicht langt das... Nein, natürlich nicht. Oh! Sieht schwer aus, als es ist ein völlig neues Level. Das steht nie auf dem Schild. Als die Sonne hinter den Hügeln unterging, schien einer der Google-Wille zu sagen, dass das Leben wie eine riesige Physik-Simulation... Ja, aber... Sorry. Oh, fuck. Alter Schwede. Aber sie haben recht, es ist im Endeffekt nichts anderes, wie eine riesige Physik-Engine. Na go. Ja. Das mag es nicht. so... kann schon? Und von der Zeit zum schnell creek geordnet? Wie gesagt, ich versuch das gerade durch Physik Engine zu lösen.